Hier sehen Sie die L-Box, das intelligente Transport- und Aufbewahrungssystem von Bosch. Sie ist in vier verschiedenen Größen erhältlich und damit individuell konfigurierbar für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen, Zubehören und Verbrauchsmaterialien. Der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Verpackungskonzepten und Koffern ist das einfache und schnelle Verklicken, stapeln und rennen mehrerer L-Boxen. Die stabilen und modular aufgebauten Einlagen von Bosch ermöglichen Ihnen das Innenleben der L-Box individuell zu gestalten. Dadurch lassen sich zum Beispiel verschiedene 10,8 Volt Elektrowerkzeuge flexibel und platzsparend aufbewahren. Aber auch Zubehöre und Verbrauchsmaterialien können durch die Standard-Insert-Boxen einfach und ordentlich transportiert werden. Die L-Boxen sind kompatibel zum TÜV-geprüften Einrichtungssystem von Sortimo und lassen sich damit einfach und absolut sicher in den Regalen verstauen. Überzeugen Sie sich selbst von der L-Box, dem intelligenten Transport- und Verpackungssystem.